SwissGrid setzt sich seit jeher für Nachhaltigkeit ein. Das bedeutet, wir erfüllen unseren gesetzlichen Auftrag effizient und übernehmen Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt. In der Strategie 2027 stärken wir noch unsere Tätigkeiten in diesem Bereich und wir orientieren uns an der UN-Nachhaltigkeitszielen. Zudem publizieren wir für das erste Mal einen Nachhaltigkeitsbericht, und schaffen damit Transparenz in diesem wichtigen Bereich.